Heute, wir sind auf dem Dach an Gebäude von der Hochschule von Stuttgart, Transsolararbeit in Partnerschaft mit der Universität Stuttgart für das Projekt Louvre Abu Dhabi mit Atelier Jean Nouvel und Alavarde. Für unsere Versuch, Transsolar, probiert zu prüfen, diesen Lichteffekt, die Wain of Light. Das ist ja quasi die Lichtstreife. Das sieht man ja schon, auch da, wo wir die jetzt aufgemacht haben. Das ist ja quasi sein Rain of Light. Das ist ja quasi die gesamte Intention von diesem Dach. In dem Projekt ist als Physiker und Maschinenbauer und Hermann Dynamiker unsere Aufgabe, dass das Haus am Schluss diesen Effekt bringt. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir eigentlich versagt.